Der Benutzer muss nur wenige Eingaben sein. Er kann das selbst machen und bekommt dann idealerweise einen ganzen Blumenstraße und verschiedenen Elementen, die ihn inspirieren sollen. Diese sehr unterschiedlichen Dinge sollen ihm helfen, zu Ideen zu kommen, beziehungsweise ihm helfen, Assoziationen zu bilden. Das heißt, sehr weit entfernte Gebiete miteinander zu verknüpfen und somit hat er die Chance, dass da etwas sehr Neues entstehen kann. Das heißt, sehr weit entfernt. Das heißt, sehr weit entfernt.